Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 24. September 2017? Mond bewegt sich gerade in dirkrechtseiten Skorpion, hat das Kreuz des Südens erreicht und es ist nichts anderes als die Südpol und dient zur Orientierung und von Südhalbkugel ist sichtbar. Und es vermittelt in unserem Leben, wir sollen gerade in unserem Leben orientieren. Mond bewegt sich natürlich auch schnell und erreicht die südlichen Schale und nördlichen Schale. In dirkrechtseiten Skorpion, das ist nichts anderes als die Schere des Skorpion. Wenn die südlichen Schale und nördlichen Schale von anderer Richtung betrachten, von dirkrechtseiten Jungfrau aus, das ist nichts anderes als die Waage, was die Jungfrau im Hand hält. Und hier geht es um Gerechtigkeit. Wenn es um göttliche Gerechtigkeit handelt, dann bedeutet es Ursache und Wirkung. In unserem Leben können wir manchmal als ungerecht betrachten, aber kann auch bedeuten eine rechtliche Situation. Und das beeinflusst unseren heutigen Tag auch. Wo sollen wir die südlichen Schale und nördlichen Schale zuordnen? Zu Skorpion oder zu dirkrechtseiten Jungfrau? Das haben die Römer verändert. Die Römer haben die dirkrechtseiten Waage eingeführt. Das heißt, es entstand ein neuer Tierkreiszeichner, die Tierkreiszeichner Waage. Aber es handelt sich etwas abwiegen, etwas vergleichen, etwas ausgleichen oder Gerechtigkeit. Und das beeinflusst die Mondenergie und Mond vermittelt uns das weiter und beeinflusst unseren heutigen Tag. Und wir erleben, dass die einzelnen Tierkreiszeichner, die Tierkreiszeichner Skorpiongeborenen, die Skorpiongeborenen haben Kraft. Die Skorpiongeborenen haben auch Mut. Sie bewegen etwas in ihrem Leben. Sie brauchen nur ein bisschen orientieren, etwas ausgleichen, vergleichen, im Gleichgewicht bleiben. Und wichtig ist bei den Skorpiongeborenen hier und jetzt sein. Weil die Vergangenheit kann eine Belastung sein. Und die Gedanken über die Zukunft kann auch bedeuten, dass das zu Zweifeln führt. Und die Skorpiongeborenen brauchen gerade die Kraft, auch die inneren Kraft. Weil da können sie sich vertrauen. Wo die Skorpiongeborenen Glück haben, das ist ein guter Nachricht. Dann haben sie Glück in die Liebe, Partnerschaft und Gewinnchancen, weil sie bringen gerade ihren Finanzen in Ordnung. Die Tierkreiszeichnern Schützengeborenen bei kleineren Veränderungen oder Bewegung in vertrauter Umgebung, wie zum Beispiel eine kleine Reise oder jemanden zu besuchen. Da haben die Schützengeborenen Glück. Bei größeren Veränderungen und damit meine ich schicksalhafte Veränderungen, sind noch Hindernisse da oder noch Klärungsbedarf. Das ist sehr schwierig momentan zum Orientieren. Das bedeutet für die Schützengeborenen, sie sollen es vorbereiten, aber noch keine Entscheidung treffen, noch nicht handeln. In die kommenden Tagen kommen aber Einflüsse von außen und kommt auch mehr Bewegung. Die Tierkreiszeichnern Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen handeln gerade. Die treffen klare Entscheidungen. Die Steinbockgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Die Steinbockgeborenen haben auch Kraft und Mut gerade etwas verändern in ihrem Leben. Und ein wichtiges Thema ist auch das eigene Zuhause. Entweder verschönern sie da etwas oder renovieren das Haus bei einer oder anderen. Das kann auch bedeuten, dass sie gerade umziehen. Oder handeln mit Immobilien ist auch möglich. Aber in diesem Bereich, was gerade auch wichtig ist, das eigene Zuhause, ist unbeweglich momentan. Das ist wie eine Sperre. Das muss auch berücksichtigen. Das ist kein Dauerzustand. Das ist die Augenblicke-Situation. Das kann auch bedeuten, dass bei einigen Steinbockgeborenen, dass sie dazu neigen, zurückziehen, in eigenen vier Wänden. Und das ist die Unbeweglichkeit. Und sie sollen aber rausgehen. Die Tierkreiszeichnern Wassermanngeborenen haben momentan Einschränkungen. Und das fühlen auch die Wassermanngeborenen. In die kommenden Tagen klärt sich aber etwas auf. Sie erkennen etwas oder kommt etwas im Tageslicht. Und ein bisschen Geduld. Und in die kommenden Tagen kommt auch mehr Erkenntnis und auch Begeisterung. Die Tierkreiszeichnern Fischengeborenen haben zwar ein gutes Gefühl und sie verlassen die Lebensbereiche Pflicht und Arbeit und gehen in einen anderen Lebensbereich ein. Und das ist Lebensfreude, das Leben auch mal genießen oder ein bestimmtes Hobby nachgehen. Wo drauf die Fischengeborenen achten sollen, wo setzen sie ihren Kraft ein. Sie brauchen gerade die Ausgleich, aktiv zu sein, mal passiv zu sein. Wie bei Atmen, Einatmen, Ausatmen. Und das sollen sie ausgleichen, ganz fein fühlen. Weil wenn sie aktiv sind und die Ruhe nicht können, dann bedeutet bei den Fischengeborenen Stress. Und wenn sie in eine Stresssituation kommen, verlieren sie gerade die Gleichgewichte. Die Tierkreiszeichnern Widergeborenen sollen ihre Chancen im Leben erkennen. Aber es ist noch Klärungsbedarf da. Etwas muss noch abwägen oder ausgleichen oder vergleichen. Das braucht auch Zeit. Und das ist nicht nur bei Arbeit, sondern auch in Liebepartnerschaft. Das bedeutet in allen Lebensbereichen. Und erst dann, wenn das geklärt ist, wenn sie orientieren können, wenn sie sicher fühlen, erst dann handeln. Die Wiedergeborenen befinden sich im Vertex. Und das ist nichts anderes als die Andromeda-Nebel. Gerade wenn es um Veränderungen geht. Und da treffen, das ist wie ein Knoten, wo viele, viele Sterne zusammentreffen. Ein Knotenpunkt in unserem Leben. Und hier orientieren, in welche Richtung soll das gehen. Da sind viele, viele Möglichkeiten offen. Es ist gar nicht einfach, da klare Entscheidungen treffen. Also wir sollten einen Moment mal stehen bleiben. Uns erkundigen, ausgleichen, vergleichen die Möglichkeiten. Und dann erst die richtige Entscheidung treffen. Die Derkrei zeichnen, Stiergeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten. Die Ruhe bewahren, weil im Ruhe liegt die Kraft. Und sie brauchen gerade diese Ausgleich, diese Gleichgewicht. Die Stiergeborenen befinden sich immer noch in einer Wandlung. Und es ist mehr die inneren Wandlung. Also auf den Gefühlen achten. Wie Angst oder Zweifel, all das loslassen. Amsonst können die Stiergeborenen mit einem guten Nachrichten rechnen. Oder einen wichtigen Termin oder einen Vertrag. Und in die Liebe Partnerschaft ist auch sehr gut. Eine schöne Zeit bei den Stiergeborenen. Die Zwillingsgeborenen ist wichtig. Eine Reise. Das kann wirklich eine Auslandreise sein. Was eine Bedeutung gerade die Zwillingsgeborenen haben, kann auch eine innere Reise sein. Es sind auch in den Tagen Unsicherheiten spürbar. Oder Unklarheiten. Aber ein bisschen Geduldung. Weil in den kommenden Tagen werden die Zwillingsgeborenen etwas klar und deutlich erkennen. Also es kommen Erkenntnisse. Die Tärkreis zeichnen Krebsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg möglich. Es ist zwar auch eine Sperre da. Das heißt, ob wenn es momentan unbeweglich erscheint, trotzdem ist es sehr gut in beruflichen Situationen. Aber in die Liebe Partnerschaft erleben die Krebsgeborenen auch eine gute Zeit. Und eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Die Tärkreis zeichnen Löwengeborenen. Fühlen sie sich momentan eingeschränkt. Es ist ein beunruhigendes Gefühl. Das kann auch die eigenen Gefühle handeln, wie Angstgefühl. Aber ein bisschen Geduldung. Es verändert sich. Und die kommenden Tage beruhigt sich das alles. Und die Löwengeborenen werden begeistert sein von etwas. Und sie sollen auf ihren Hobby nachgehen und auch die beruflichen Situationen mal überprüfen. Das wäre mal eine gute Idee, die Hobby als Berufung zu machen. Die Tärkreis zeichnen Jungfrau geboren. Haben eine ganz tolle Zeitgerade. Es ist sehr schön in die Liebe Partnerschaft. Sie handeln auch. Sie haben auch Möglichkeiten, Chancen, Kraft und Mut. Und es ist ein Aufstieg für die Jungfrau geboren. Und sie haben auch eine große Hoffnung. Und diese können als Ziel setzen. Und es ist auch erreichbar. Es wirkt zwei Sternen bei den Jungfraugeborenen. Einmal Zosman. Und dieser Stern Zosman beeinflusst die Jungfraugeborenen gerade. Das heißt Verbindungen. Verbindungen mit jemandem. Entweder kommt jemand auf die Jungfraugeborenen zu. Und das ist eine Unterstützung. Oder die Jungfraugeborenen sollen mit jemandem kontaktieren. Und da kann auch eine Hilfe sein. Der andere Stern, wo auch die Jungfraugeborenen beeinflusst. Das ist die Nebula. Das ist die Gerechtigkeit. Also das passt gut. Dieser Nebula, was die Gerechtigkeit vertritt. Auch mit dieser nördlichen Schale und südlichen Schale. Was die Tagesthema bedeutet. Das heißt, die Jungfrau geboren. Haben entweder eine rechtliche Situation. Oder handeln sich um Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, dass sie vertreten. Die Gerechtigkeit gerade. Die Tilgrei zeichnen Wagengeborenen. Haben Chancen, Möglichkeiten. Sie sollen das auch wahrnehmen. Und auch mutig sein. Und handeln. Etwas verändern in ihrem Leben. Es ist wichtig, dass ich bin's. Weil das ist das wichtige Thema gerade. Bei den Wagengeborenen. Ich zeige, wer ich bin. Also das heißt, die Wagengeborenen bringen sie sich wie ein Neugebort. Sie zeigen sie sich gerade in die Öffentlichkeit. Oder sie verändern etwas ihren äußeren Aussehen. Oder sie stehen im Mittelpunkt. Sie werden gerade wahrgenommen. Und das ist die Energie, die Wagengeborenen. Diese kosmische Energie beeinflusst unseren Alltag. Diese kosmische Energie ist einzigartig. Diese Tagesenergie ist einzigartig. Ich könnte das auf Stunden auch erklären. Da wäre die Aufnahme aber viel zu lang. Und das bedeutet dann, das ist auch einzigartig. Jeder Moment ist anderes. Und es wiederholt sich nie wieder. Und wir sollen im Einklang sein mit diesem kosmischen Energie. Das hilft auch im Einklang sein mit uns selbst. Aber so wie die Tage anderes sind, so sind die Menschen auch anders. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig. Wie ein Fingerabdruck. Und wenn jemand Interesse hat für einen bestimmten Termin oder nur als Selbsterkenntnis. Das kann mich natürlich maßgeschnitten liefern. Und das mache ich auch gerne. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dandera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.